Ja, bereits im November hat der Verband der Motorjournalisten eigentlich seinen Preis verliehen an Christian Danner, eine Motorsportlegende, wie ich finde. Danke. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Jetzt haben Sie den Preis damals nicht annehmen können, weil Sie für die Formel 1 in Brasilien waren. Jetzt haben Sie ihn heute bekommen. Was war das für ein Gefühl? Ja, ein schönes Gefühl. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Autorennfahrer, der dann irgendwann mal journalistisch tätig ist, gleich hier vom Verband der Motorjournalisten ausgezeichnet wird, ist schon was Besonderes. Deswegen habe ich mich einfach gefreut. Und was sind jetzt die Pläne? Heißt es jetzt Füße hochlegen? Jetzt habe ich diesen Wahnsinnspreis bekommen oder wie geht es jetzt weiter? Ja, Füße hochlegen ist in der Formel 1 oder im Motorsport vielleicht die falsche Tugend. Es geht schlecht. Nein, mein Geschäft geht weiter. Ich meine, die Formel 1-Saison steht vor der Tür. In Melbourne in zwei Wochen geht es los. Und da gibt es viel im Vorfeld zu tun. Und natürlich geht dann die Reiserei wieder los. Also das ist Business as usual. Was glauben Sie, warum haben Sie den Preis bekommen? Ach, ich glaube, es ist halt so, dass man einen Journalisten, der ein spezielles Thema sich zu eigen gemacht hat, auszeichnen kann. Und wenn das aber eigentlich erst einmal gar kein Journalist war, sondern ein Rennautofahrer, dann ist es was Besonderes. Und ich glaube, das Thema Formel 1 ist in sich halt schon auch ein sexy Thema. Es ist einfach spannend. Das stimmt allerdings. Jetzt haben Sie schon so viel in der Branche erlebt. Können Sie sich an irgendwas zurückerinnern, wo Sie sagen, das war mein schönstes Erlebnis oder mein lustigstes Erlebnis, jetzt egal ob als Rennfahrer oder als Kommentator? Also es gibt ja Gott sei Dank nicht nur ein Erlebnis, an das man sich zurückerinnern müsste. Das entsteht immer wieder aus der Situation heraus und das passiert auch alle 14 Tage aufs Neue. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es gab ein Ding, an das ich mich besonders erinnere oder wo ich besonders gelacht hätte oder was besonders schön gewesen wäre. Das Thema an sich ist das, was schön ist und dass es immer wieder anders wird und immer doch wieder anders kommt und wieder was Neues ist. Das finde ich so schön. Jetzt steht die Formel 1 Saison vor der Tür. Wir haben schon öfter jetzt über die Nase diskutiert, über diesen seltsamen Hocker, nicht über Ihre, sondern über die von den Formel 1 Autos. Was hat es denn damit auf sich? Naja, also die Nasen schauen natürlich deppert aus. Der Grund ist, dass die Sportbehörde versucht hat, die Nasen niedriger zu machen, wenn es zum seitlichen Aufprall kommt. Dass man ein anderes Auto dann nicht dort trifft, wo der Fahrer ist, dass der Fahrer sicherer sitzt, sondern dass man das eben in der Crash-Struktur, da wo die Energie abgebaut wird, trifft. Und deswegen hat man das so vorgeschrieben. Das Teil dahinter, das Monocoque, das hat man vergessen und deswegen ist das nach wie vor höher. Das alles. Okay, wir werden aber nur diese Saison Spaß und die Freude daran haben. Also ein Team, McLaren hat es ja sowieso anders gemacht, die haben ein anderes Konzept. Da schaut es eh super aus. Das wird aber nachgebessert. Die werden ganz klar nächstes Jahr sagen, also jetzt den Rest auch niedriger. Wo sehen Sie unser allerliebling Vettel in der kommenden Saison? Vorne. Vorne heißt, er fährt wieder vorne weg. Ja, vorne weg. Also ich glaube, er ist ein Nummer-eins-Kandidat für den Titel. Der fährt, hat einen ganz besonders guten Fahrstil, wirklich klasse. Der hat das im Griff, auf was es ankommt. Er hat das beste Auto im Moment oder zumindest eines der besten Autos und das wird langen. Meiner Ansicht nach, dass er wieder der ist, den es zu schlagen gilt. Und noch ein kurzer Blick allgemein auf das kommende Jahr, auf die Saison? Ja, also wir haben im kommenden Jahr ein neues Rennen in Texas, in Austin, also in Amerika. Das wird sicher wieder spannend. Die anderen, sagen wir mal, neuen Dinge wie Indien, das ist ja fast schon etabliert jetzt. Also ich gehe davon aus, dass wir eine sehr spannende Saison haben und dass auch wieder das Spitzenfeld sehr nah beieinander ist. Dann freuen wir uns doch zusammen auf eine spannende Saison, würde ich sagen. Das kannst du laut sagen, ja.